Ganz plump gesagt die Schnauze hält und sich jetzt nicht so groß öffentlich zu Sachen äußert. Und dann kann man halt dementsprechend mit diesem Geld den Wohlstand weiter hochhalten. Um sich auch irgendwo auf der Weltkarte nicht nur zu zeigen, sondern auch um den anderen zu zeigen, ey, ihr braucht uns. Also man investiert nicht nur, sondern gibt auch Aufträge und damit ist man noch enger ineinander verbündelt. Und mit diesem Teaser heiße ich euch auch willkommen auf diesem Kanal, aber selbstverständlich auch bei diesem Videopodcast. Ihr habt das bestimmt schon gesehen, sowohl im Thumbnail als auch im Titel. Es geht heute um Katar, aber es geht nicht um die WM, nicht in dem Sinne um die WM, sondern es geht um die Wirtschaft von Katar. Denn ich finde, da wird immer sehr, sehr wenig drüber gesprochen. Es wird immer sehr negativ gesagt oder sehr negativ über Katar gesprochen, was jetzt die WM angeht. Aber sonst hat man immer so das Gefühl, viele Leute oder viele Menschen haben den Gedanken, dass man eigentlich sonst gar nichts mit Katar zu tun hat. Ja klar, vielleicht Gas und Öl, aber ansonsten sind die jetzt hier nicht wirklich präsent. Und da möchte ich heute einmal drüber sprechen, denn dem ist auf jeden Fall nicht so. Ich denke mal, die meisten von euch wissen auch, dass Katar durchaus in Unternehmen investiert. Und genau deswegen ist das sehr interessant, würde ich sagen, für diesen Kanal. Denn es ist gerade komplett natürlich in. Denn wir haben, wie ich schon erwähnt hatte, die WM, die auch so ein bisschen noch interessant gleich wird. Komme ich gleich zu. Und wir haben natürlich auch die Verträge, was das Gas angeht, wegen der Energiekrise, um die so ein bisschen zu überbrücken. Fangen wir mal direkt an. Die WM wird gerade in Katar ausgetragen. Und das bringt den Namen Katar so ein bisschen hoch, aber einfach mehr als sehr negativ. Kann man einfach so sagen. Viele wollen die WM boykottieren. Ob es dann wirklich so ist, werden wir dann sicherlich an den Einschaltquoten sehen. Aber zumindest ist es so, dass wir gerade eher Katar so ein bisschen im negativen Munde haben. Natürlich auch, was jetzt die Energiekrise anging, was das Gas anging, dass man gesagt hat, ja mit dem Preisdeckel, da lässt man sich nicht drauf ein. Da gab es auch relativ negative News über Katar. Und genau das ist aktuell so ein bisschen das Bild. Aber Katar ist tatsächlich rein wirtschaftlich viel, viel mehr. Denn Katar ist sehr, sehr medienwirksam, auch unter anderem. In vielen Unternehmen investiert, aber medienwirksam ruhig. Kann man relativ gut, würde ich sagen, so sagen. Man hat natürlich das Pilotprojekt PSG vor der WM jetzt. Pilotprojekt in dem Sinne. PSG, da ist natürlich immer ganz, ganz viel drum. Also Paris Saint-Germain, ungefähr so müsste das ausgesprochen werden. Der Fußballverein, der ja auch unter anderem in der Champions League ist. Wenn ich das jetzt in der Champions League Auslosung richtig gesehen habe, geht es sogar gegen die Bayern ran. Also auch wieder gegen einen deutschen Verein. Auch hier also in Deutschland dann zumindest das eine Spiel davon. Also sehr, sehr medienwirksam, wo man sich dann da investiert hat. Aber es gibt auch viel, viele andere Unternehmen, in denen man auch investiert ist. Aber gar nicht so bekannt jetzt vielleicht, wo man auch relativ, ja ich sag mal, ein bisschen ganz plump gesagt, die Schnauze hält. Und sich jetzt nicht so groß öffentlich zu Sachen äußert. Das ist zum Beispiel die Deutsche Bank. Das ist aber auch Siemens. Das ist Volkswagen, um jetzt mal ein paar deutsche Konzerne zu nennen. Das ist aber natürlich auch Barclays, auch unter anderem amerikanische Unternehmen. Auch zum Beispiel soll wohl Geld von den Kataris kommen, was Elon Musk angeht. Er hat jetzt ja Twitter gekauft und dort soll halt Geld von den Kataris kommen. Da hat man also auch rein investiert. Das heißt also, man ist doch sehr, sehr breit investiert. Ich komme auch gleich oder nachher nochmal dazu, wieso das so ist. Erstmal vorweg, die Kataris sind relativ, sagen wir mal, nach außen hin extrem ruhig. Nach innen wohl eher, ja sehr, sehr bestimmt und sehr, sehr wegweisend. Man weiß ganz genau, was man möchte. Das geht aus so ein paar Interviews hervor. Die meisten wollen nicht darüber sprechen. Die meisten, mit denen die Kataris arbeiten, die sagen so, ja wollen wir jetzt nicht unbedingt drüber sprechen, worum es jetzt hier gerade geht oder was die jetzt sagen. Aber zumindest rein nach außen hin wirkt es immer sehr, sehr ruhig. Wenn man dann den einen oder anderen aber mal zuhört, der da auch Erfahrung mit den Kataris gemacht hat, dann sagen die immer, die sind sehr, sehr strategisch. Die gehen sehr, sehr strategisch auch vor und haben auch ihre ganz, ganz klare Meinung. Und da muss man sich natürlich fragen, ich sage immer, die Kataris, ja wer ist das denn jetzt eigentlich? Und woher haben die eigentlich ihr Geld? Fangen wir mal damit an, woher die eigentlich ihr Geld haben, denke ich, ist für die meisten klar. Das Ganze heißt Katar Energy. Katar Energy ist unter anderem für das Gas und natürlich auch für das Öl zum Beispiel verantwortlich. Das heißt also für die Rohstoffe. Da wird das Geld drüber eingenommen. Das Geld dann ausgegeben wird über einen Staatsfonds. Und zwar heißt dieser Katar Investment Authority. Und die stecken ihr Geld halt in diese ganzen Unternehmen rein. Das Geld kommt halt vor allen Dingen aus diesen Gas- und auch Ölgeschäften. Kommen wir jetzt also nochmal dahin zurück, wo die Katar Investment Authority jetzt unter anderem rein investiert und wie das Ganze so vonstatten geht. Wie gesagt, nach außen hin merkt man nicht viel. Das sind eher so die Investoren, die dann innerlich, also im Unternehmen Druck machen und dann auch sagen, hier, hier, so und so soll das sein und so stellen wir uns das vor. Da hatte zum Beispiel auch jemand darüber gesprochen von Siemens. Damals, da ging es um eine Tochtergesellschaft von Siemens. Und da wollten die Kataris halt sich dran investieren. Da hat man gesagt, man möchte gerne 10% übernehmen. Und war dann aber auch sehr, sehr strategisch, aber auch sehr, sehr fest mit seiner Meinung. Man hat ganz einfach gesagt, 10%, wir wollen es nicht an der Börse kaufen. Wir wollen einen 10% Discount haben. Und wenn das nicht möglich ist, dann machen wir das Geschäft halt nicht. Ganz einfach. Dann hatte man gesagt, man kann jetzt halt nicht neue Aktien dafür ausgeben, dass die einsteigen. Dann hat sich das ganze Geschäft auch erledigt gehabt. Aber daran sieht man jetzt natürlich auch, sie verfolgen ihren Plan sehr, sehr strikt, den sie machen. Und wenn die Personen dann halt sagen oder die Unternehmen sagen, so geht das nicht. Ja, mein Gott, dann geht es halt nicht. Und dann interessiert die das auch nicht. Das zeigt auch nochmal so diese wirtschaftliche Stärke vielleicht ein bisschen, die man hat. Die Kataris sind vor allen Dingen daran interessiert, sehr, sehr langfristig zu investieren. Und das hat natürlich auch einen Grund. Es ist so, dass man jetzt gerade sehr, sehr stark von den Rohstoffen abhängig ist. Aber die gehen halt irgendwann leer und man ist auch irgendwann vielleicht nochmal, ja, etwas weniger damit unterwegs. Wenn dann auch die Energiewende kommt, die Unternehmen vielleicht auch mehr erneuerbare Energien haben, dann ist man dort so ein bisschen raus. Und um diesen Wohlstand weiter behalten zu können, hat man sich gedacht, wir investieren jetzt einfach. Und man muss sagen, wenn man sich diese Strategien so anguckt, wie ich es auch gerade erwähnt hatte, wie man das Ganze macht, wie man aber auch in den Unternehmen investiert ist oder auch in welche Unternehmen man investiert ist. Ich habe ja eben schon mal ein paar aufgestellt. Da kann man sagen, dieser Investmentfonds, der staatliche Investmentfonds, der agiert auch wirklich als Firma, die halt Profit rausmachen möchte und die halt sehr, sehr langfristig denkt. Viele dieser Investments gelten halt nicht auf 5 Jahre, sondern eher so auf 10, 20, 30 Jahre. Weil man dann davon ausgeht, dann verkauft man vielleicht nicht mehr so viel Gas, nicht mehr so viel Öl, dann ist der Preis vielleicht auch ein ganz anderer. Und dann kann man halt dementsprechend mit diesem Geld den Wohlstand weiter hochhalten. Und genau das ist auch der Plan von Katar. Das heißt also rein wirtschaftlich fungieren sie so ein bisschen wie eine Firma. Wenn jetzt der eine Zweig wegbricht, bis dahin möchte man dann auf jeden Fall einen weiteren Zweig aufgebaut haben. Und dieser Zweig soll den dann einfach komplett ersetzen, dass man weiterhin auf dem gleichen Wohlstandslevel sein kann. Man hat selber keine große, ja sagen wir mal Industrie, aber man investiert halt auch sehr, sehr viel im Ausland. Da muss man aber sagen, was man dann an Industrie hat, das hat man dann halt oft mit Unternehmen zusammen, in die man investiert ist. Halt zum Beispiel bei der Deutschen Bank oder halt zum Beispiel bei Siemens, dass man denen dann die Aufträge gibt. Und anders gesagt, man kommt da nicht nur überein mit einem Investment, sondern natürlich auch mit dieser strategischen Partnerschaft. Man bindet diese Partner also nicht nur an sich über die Investition an sich, dass man sagt, ja wir halten hier Anteile. Sondern man bindet diese Partner halt auch an sich, indem man sagt, ja komm wir geben euch Aufträge. Ihr oder wir sind bei euch investiert, deswegen werdet ihr jetzt dafür auch bevorzugt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, was sehr, sehr Positives. Man bündelt das Ganze. Also man investiert nicht nur, sondern gibt auch Aufträge und damit ist man noch enger ineinander verbündelt. Und das ist halt auch diese, ja um das jetzt mal ganz blöd zu sagen, diese wirtschaftliche Masche, die Katar dort fährt. Aber auch was den Schutz angeht, sieht das Ganze sehr interessant aus. Da gibt es viele Experten, die darüber sprechen. Man macht ja immer mal wieder strategische Sachen, auch von Katar aus, was den Schutz angeht. Ihr habt das sicherlich irgendwo mal, immer mal oder irgendwo, beziehungsweise vielleicht sogar selber mitbekommen oder irgendwo gelesen. Es gab ja die Golfkriege und da habt ihr eventuell mal mitbekommen, was mit Kuwait passiert ist. Irak, Kuwait, das ging alles relativ schnell, um das mal ganz blöd zu sagen. Die Einnahme, das hat man natürlich letztendlich mit dem Golfkrieg dann wieder rückgängig machen können, in Anführungszeichen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man ein relativ kleines Land ist, wenn auch sehr wohlhabend, was aber auch nicht gerade die größte Armee hat. Und um dort auch strategisch vielleicht Partnerschaften aufzubauen, um sich auch irgendwo auf der Weltkarte nicht nur zu zeigen, sondern auch um den anderen zu zeigen, ey, ihr braucht uns, ihr müsst uns jetzt auch dementsprechend schützen. Dafür hat man natürlich auch das ein oder andere Investment getätigt, wie gesagt, auch unter anderem in den USA und so weiter. Und das funktioniert wohl auch relativ gut, zumindest was man so von Experten hört. Denn wenn Katar angegriffen werden sollte, jetzt nur natürlich immer die Theorie, dann würde es wohl die ein oder andere Schutzmacht geben, die sich dafür extrem stark einsetzt, weil man halt auch unter anderem sehr, sehr abhängig von diesem Geld ist. Natürlich muss man sagen, die aktuellen Preise, die spielen da noch mit rein. Das heißt also, hohe Gaspreise, davon profitiert Katar natürlich unter anderem. Und deswegen, die profitieren davon extrem. Und dieses Geld, wie gesagt, stecken sie dann wieder rum, also geben sie nicht einfach sinnlos für irgendwas aus. Also sicherlich auch einen kleinen Teil, aber den großen Teil zumindest nicht. Und dieser ganz, ganz große Teil wird dann halt strategisch investiert, damit man weiterhin auch in den nächsten Jahren, ja, ich sag mal, eine andere Abhängigkeit hat. Also jetzt nicht mehr, dass andere Länder, also Unabhängigkeit eher gesagt, beziehungsweise Abhängigkeit, dass andere Länder auch von einem abhängig sind. Dann halt nicht mehr, dass es Öl und Gas ist, sondern dass man halt sehr, sehr viele Firmen im Besitz hat. Dass auch die Firmen sagen könnten oder können, ja, wir sind da investiert und die sind auch bei uns investiert. Ihr müsst die schon irgendwie schützen können. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut rübergebracht, was jetzt eigentlich so der wirtschaftliche Gedanke von Katar ist, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Also Katar möchte gerne andere abhängig von sich selber machen, damit sie natürlich einmal geschützt werden, aber auf der anderen Seite natürlich, damit sie wohlhabend bleiben. Auch wenn die Rohstoffe rausgehen oder ausgehen, eher gesagt, dann sollten sie mit irgendwas anderen das Geld einnehmen können und das möchten sie halt gerne über wirtschaftliche Investitionen machen. Wie gesagt, vor allen Dingen langfristige Investitionen über 10, 20, 30 Jahre, bei denen man sich auf jeden Fall vorstellen kann, dass das Wachstumsfelder sind und dass man mit diesen Feldern dann in 30 Jahren auch wirklich das Geld gut investiert hat und halt mehr hat, als man jetzt hat. Auch die WM trägt natürlich zu dieser Aufmerksamkeit bei. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen, auch wenn viele die WM vielleicht boykottieren. Letztendlich war Katar dadurch unter anderem halt in aller Munde. Das war es jetzt auch mit dem Thema. Ich wünsche euch, falls ihr die WM guckt, viel Spaß bei der WM und würde jetzt auch sagen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, aber natürlich auch Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020